Das Audi Fußball Cup war dieses Jahr, wie auch früher, ein Riesenerfolg für die Fußballer, für die Stadion, aber auch für unsere Marke, für Audi auch. Audi und Fußball gehören seit Jahren zusammen, das ist auch in Ungarn so. Und Premium Fußball und die Premium Marke Audi gehören noch mehr zusammen. Es war für mich persönlich auch eine Riesenfreude, hier die jungen Fußballerinnen und Fußballer zu sehen. Das Umfeld stimmt, das Stadion stimmt und die Stimmung stimmt auch. Also, ich würde nochmal sagen, das war für uns ein Riesenerfolg. I've sent emails home, I've been on the phone to tell my boss, my director, what a wonderful tournament it's been. It's been really well organisiert. The players have enjoyed it, the staff have enjoyed it. We hope we can come back next year. We like to respond by inviting Jure to England to play football. It has been one of the best tournaments I've been involved in. Also, ich fand, es war ein sehr gutes Turnier, sehr gut organisiert, sehr gutes Hotel, alles. Und ja, ich habe mich sehr wohl hier gefühlt. Im Vergleich, glaube ich, sind wir auch sehr gut aufgestellt, weil man sieht halt in solchen Turnieren, dass wir mithalten können. Und das Ziel ist in so einer Nachwuchsarbeit, dass wir die Spieler in die Kampfmannschaft heranführen. Und das Ziel ist in so einer Nachwuchsarbeit, dass wir die Spieler in die Kampfmannschaft heranführen. Und das Ziel ist, dass wir ihre und die Spieler haben alles, was sie brauchen und alles, was sie tun haben, ist es spielen. Die Hospitalität hat sich wirklich gut gemacht. Mein Co-Trainer hat mich gestern schon auf den Pokal hingewiesen, dass der so groß ist. Ein sehr schönes Andenken und zu Hause werde ich nur Positives über dieses Turnier erzählen. Ein tolles Stadion, ein wunderschönes Hotel, sehr, sehr viele nette und kompetente Leute, die uns begleitet haben auf unserem Weg zum Titel. Ich bin sehr froh, hier gewesen zu sein und komme auch gerne wieder. Das war's für heute. Vielen Dank.